Ja, ist heute eine ganz besondere Ausgabe. Heute Morgen, als ich das ausgepackt habe, lief noch alles schön. Ich habe gestern den ganzen Tag damit rumgespielt und eine feine Sache. Aber gucken Sie mal auf das Display. So sieht es jetzt im Moment aus und da funktioniert nichts mehr. Ich habe den Prozessor schon getauscht und eine andere Testplatine angehangen. Es ist das Display selbst. Jetzt habe ich zwar ein weiteres Display dabei, aber das müsste ich erst mal zusammenbauen und anlöten. Denn mein Ersatzdisplay ist auch zu Hause, weil da schon das nächste Projekt läuft. Wir haben ja immer so eine Verschiebung zwischen dem Heft und der Sendung von, wenn das Heft rauskommt, einem Monat und vorher zwei oder drei Monate. Also muss ich Ihnen das heute trocken erklären. Aber das geht auch. Das ist überhaupt kein Problem. Worum es heute geht, das ist ein I²C-Tester. Nun, der eine sagt IIC, der andere sagt I²C, die Nächsten sagen TWI-Tuber. Interface, alles das Gleiche. Philips hat vor etwa 20 Jahren diesen Bus, muss man sagen, diesen Zweitradbus entwickelt und es ging einfach darum, dass man zum Beispiel im Fernsehgeräten, dass unterschiedliche Komponenten miteinander reden konnten, Datenaustausch konnten, Kommandos übertragen konnten und so weiter. Was heute daraus geworden ist, ist gigantisch. Dass dieses Ding heute nicht mehr wegzudenken ist, in vielen Embedded-Systemen hätte damals noch keiner gedacht. Der Erfolg liegt einfach daran, obwohl das Ding hochkomplex ist, vom Protokoll, von außen ist es sehr, sehr einfach zu bedienen. Es gibt nur ganz wenige Konditionen. Und es ist schnell. Na ja, schnell geworden. Es ist mit 100 Kilobit Geschwindigkeit gestartet worden vor 20 Jahren. Dann hat man vier Jahre später die Geschwindigkeit vervierfacht auf 400 Kilobit. Und vor zehn Jahren, 1998, ist man auf 3,4 Megabit gegangen. Und das ist ja schon eine ganz schöne Sache. Und das über zwei Drähtchen ohne großen Aufwand. Jetzt habe ich erst mal genug Geräte. Jetzt schauen wir uns das mal an. Also, ganz, ganz viele Geräte, EPROMs, Module und so weiter, wie hier zum Beispiel dieses EPROM, die haben ein I-Quadra-C-Bus-Schnittstelle. Und diese Schnittstelle, die kann man von außen bedienen. Da können wir auch selbst etwas machen. Oft müssen wir nun irgendetwas testen oder etwas programmieren. Ja, und dazu ist dann unser Tester gedacht, unser Programm gedacht, zu überprüfen, funktionieren die Sachen, zu lernen, ganz, ganz viel zu lernen. Was kann man für Kommandos schicken, was kommt zurück? Wie sieht denn jetzt so ein Kommando auf dem I-Quadra-C-Bus aus? Relativ einfach. Ich habe einmal ein Startkommando. Das sieht so aus. Ich habe hier nur bei einem Zweidraht, nur zwei Leitungen. Das ist der SDA. S steht immer für Seriell. D für Daten. Und A und L ist die Leitung. Und hier haben wir SCL. Ich sehe gerade, hier ist auch noch ein Fehler drin. Das ist die serielle Clock-Leitung. Also hier wird der Takt übertragen und hier oben werden die Daten übertragen. So, und jetzt ist die Startbedingung ganz, ganz einfach. In dem Moment, wo ein Clock-Signal ansteht auf High, das ist immer der Grundzustand beider Leitung. Und das Datensignal geht auf Low. In dem Moment wissen die angeschlossenen Geräte, jetzt kommt was und sperren die Ohren auf. Dann schicke ich eine Adresse. Es gibt unterschiedliche Adresslängen. Einmal 7-Bit und einmal 10-Bit. 7-Bit, das könnte man sagen, sind 128 Geräte, die ich da ansprechen kann. Nicht so ganz. Es gibt noch reservierte Adressen für bestimmte Sachen, für Adresserweiterung und ähnliches. Und das muss ich davon abziehen. Dann bleiben 112 Geräte, die ich anschließen kann an den 7-Bit-Bus, an den 7-Bit-Adressier-Modus, müsste man ja eigentlich sagen. Dazu kommt, dass wir dann die, fangen wir erstmal hier an, machen wir hier weiter, dass wir eine gewisse Hardware dafür brauchen. Das ist jetzt hier ein super Interface, so wie auch in der letzten Sendung. Sehr, sehr einfach. Es sind zwei Widerstände, zwei Kilo zwei, als Pull-Ups geschaltet. Wir sehen also die beiden Leitungen, die an das EEPROM gehen und da unten die rote Leitung, die geht auf Plus. Das sind diese beiden Pull-Ups. Das ist schon alles. Mehr brauchen wir nicht an Hardware. Wir gehen am Prozessorboard selbst auf die Ports PC4 und PC5. Könnte man auch andere nehmen, aber das ist in der Software so festgelegt und das sollten Sie so machen, sonst funktioniert es nicht, sonst müssen Sie erst die Software umschreiben. Auch kein Problem, wenn man es denn nun wirklich will. So, und wenn wir das haben und dann das Programm, was Sie natürlich wieder laden können von unserer Seite oder von der Seite von Elektor aus dem Internet haben, das ist ein Kommandointerpreter. Dieser Kommandointerpreter versteht verschiedene Kommandos. Ist relativ einfach zu bedienen, ist auch im Artikel recht gut erklärt, ist ja von mir. Und dann sieht es so aus, da sind wir eben stehen geblieben, nachdem ich nun eine Startbedingung geschickt habe, kommt die Adresse, eine 7- oder 10-Bit-Adresse. Genial ist übrigens, da haben die Leute damals schon dran gedacht, man kann 7- und 10-Bit-Adressen mischen, die stören sich nicht gegenseitig. Bei der 10-Bit-Adresse kann man nicht 112 zu 1024 Geräte an die Leitung heranhängen. Und wenn ich dann das übertragen habe, dann bekomme ich ein Acknowledge zurück von dem Gerät, welches sich angesprochen fühlt und das sagt dann so, jetzt kannst du mehr schicken, Daten oder Befehle oder was auch immer. Und wenn nichts mehr kommt, wenn es zu Ende ist, dann hat man eine Endbedingung. Die Endbedingung ist genau umgekehrt, die haben wir hier nochmal grafisch dargestellt. Da ist diese SDA-Leitung, die ist auf Low und die geht in dem Moment auf High und SCL steht nach wie vor auf High. Das ist die Stopp-Bedingung, das ist das Ende. So ein komplettes Protokoll ist auch sehr übersichtlich. Sie können sich das mal anschauen, was wir hier haben. Hier haben wir also als erstes hier in diesem grauen Feld auf der linken Seite, ich glaube, so sieht man ein bisschen besser, die Startbedingungen. Ich habe die Zeitung schon ziemlich verknüllt, sehe ich gerade. Dann kommen die Adressen, dann kommen Daten, zum Beispiel Daten, die geschrieben werden, wohin soll etwas geschrieben werden oder gelesen werden und hier am Ende die eben besprochene Stopp-Bedingung. Es ist also ein, naja, Testgerät, mit dem können Sie eigene Experimente machen. Es gibt Low-Level und es gibt High-Level-Kommandos dafür und nicht alle Geräte können diese High-Level-Kommandos, indem man mehrere Sachen zusammenfassen kann, sondern die meisten Geräte, aber alle Geräte können diese Low-Level-Kommandos. Ich würde es Ihnen gerne zeigen, es macht nämlich wirklich Spaß, aber es geht nicht. Vielleicht machen wir dann das nächste Mal nochmal einen Blick darauf. Jetzt muss ich erstmal gucken, wieso ist mein Display gestorben. Es kann natürlich auch ein Wärmeproblem gewesen sein, glaube ich aber nicht, denn es ist gestern, wie gesagt, den ganzen Tag gelaufen.